Die Kühlwarentransport und Logistik GmbH bringt ihre Waren rasch ans Ziel. Das moderne Familienunternehmen aus Prinzersdorf im Mostviertel hat sich in der Branche erfolgreich als Experte für Kühltransporte etabliert. 30 moderne LKWs mit geringem Schadstoffausstoß sind rund um die Uhr in Österreich und den Nachbarländern unterwegs, um höchste Flexibilität und kurze Lieferzeiten garantieren zu können. Am Firmenstandort werden auf über 5600 Quadratmetern Lagerfläche Lebensmittel verschiedenster Hersteller temperaturgerecht gelagert. Auf Bestellung werden die Transportgüter kommissioniert und spätestens am nächsten Morgen zugestellt. Darüber hinaus vermietet KWT Logistik Gewerbe- und Büroflächen im firmeneigenen Gewerbepark. Klare Pluspunkte sind dabei die Nähe zur A1 und das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis. Kühlwarentransport und Logistik GmbH Erfolg durch Effizienz Weitere Informationen finden Sie auf www.kwtl.at KH 506 ov até Ich bin